Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 9. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1329. Ja, was habe ich heute für Themen? Apple, Castro, Xbox und Google I.O. Es sind wenige Themen, aber wir gehen sie schön der Reihe nach durch. Wir starten wie gesagt mit Apple, denn die, oder dazu gibt es neue Zahlen, das kommt von Counterpoint Research. Die machen von Zeit zu Zeit so lustige, wie sagt man dem, Researches halt und stellen dann Zahlen zusammen und machen irgendwelche Listen. Und man hat jetzt hier anhand einer der neuesten Listen die Smartphone-Verkäufe weltweit zusammengestellt. Und was haben wir da? Die Top 10. Denn ich beginne mal ganz hinten. Auf Platz 10 kommt das Samsung Galaxy A03. Eines, was ich gerne empfehle oder noch gerne empfehle ich das auf Platz 4, aber da komme ich gleich. Und dann kommt Platz 9, das Apple iPhone SE 2022. Auf dem 8. Platz ist das Apple iPhone 14 Pro. Auf dem Platz 7 ist das Apple iPhone 14. Auf dem Platz 6 das iPhone 12. Auf dem Platz 5 ist das Apple iPhone 13 Pro. Auf dem Platz 4, da kommt nochmal Samsung mit dem Galaxy A13. Ein tolles Budget-Smartphone, das auch fleissige Updates immer wieder bekommt. Dann auf Platz 3 das iPhone von Apple 14 Pro Max. Und dann kommt auf dem Platz 2 das Apple iPhone 13 Pro Max. Und dann auf dem Platz 1, wer hätte es gedacht? Das Apple iPhone, ja in diesem Fall das 13er. Das ist die Hitliste der meistverkauften Smartphones im Jahre 2012 weltweit gesehen. Schon unglaublich eindrücklich, wenn man so bedenkt, dass Apple ja noch ein sehr kleiner Player ist auf dem grossen Markt, wo da sich ganz viele Android-Smartphones drum, 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 dümmeln. Mein Gott, Wörter immer. Weiter geht's mit Castro. Das ist eine Podcatcher-App, mit dem ihr zum Beispiel genau diesen Podcast hier hören könnt. Weil Podcast ist nicht Spotify. Podcast ist ein RSS-Feed mit angehängtem Audio, was man in ganz vielen verschiedenen Apps, eben sogenannten Podcatchern, anhören kann. Und die Castro-App, die habe ich euch schon vor Jahren vorgestellt und den Testbericht im letzten August, glaube ich, überarbeitet. Und die bekommt jetzt ein grösseres Update. Grösser ist vor allem, was die Schrift anbelangt. Es ist irgendwie alles ein bisschen grösser geworden, so Grossmutter-Modus, wie ich das genannt habe. Aber auch übersichtlicher. Die Icons, besser gesagt die Podcast-Cover, die könnt ihr dann besser sehen. Auch den Episodentitel ist besser lesbar. Ihr könnt es unterteilen in Episoden, Shows und Kategorien und noch ein paar weitere kleine Updates, die dazu gekommen sind. Wenn ihr interessiert seid, was das ist, in den Shownotes auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens findest du den Link dazu zum Anklicken und es durchzulesen. Und da ist auch dann in diesem Beitrag mein Testbericht zu dem Podcatcher verlinkt. Übrigens nicht mehr mein Haupt-Podcatcher. Nur mal so, um zu sagen. Dazu muss ich auch mal wieder bloggen. Genau. Weiter geht es mit Microsoft. Nachdem Apple gestern neues gelbes iPhone vorgestellt hat, kommt jetzt Microsoft unter das Eck und stellt neue Xbox-Wireless-Controller vor. Was ist daran neu? Nicht die Bedienung, nicht die Knöpfe, nicht die Form oder was auch immer, sondern die Farben. Neben dem schwarzen Modell gibt es jetzt auch ein schön grünes, ein schön, was ist das, pinkes? Ja, rosarot, pink. Das grüne nennt sich übrigens Green und das hellgrüne nennt sich Volt. Und da gibt es auch ein rotes und ein blaues. Aber eben das Neue daran ist das Grüne. Das gefällt mir irgendwie. Obwohl hinten es weiss ist, da hätte ich lieber gehofft, dass es komplett durchgehend in dieser neuen Farbe ist. Aber ja, man kann nicht alles haben. Da muss man sich doch ein neues iPhone posten, weil das hat dann rundherum und überall in gelb. Genau. Die Google I.O. Google hat bekannt gegeben, dieses Jahr findet sie am 10. Mai statt. Zumindest den Teil, auf den alle schielen, die öffentliche Keynote, die am ersten Tag stattfindet. Das ist wie beim Apple mit der WWDC, die eine Woche dauert, aber am Anfang die Opening Keynote für alle immer sehr, sehr interessant ist. Was werden wir da zu sehen bekommen? Neben Android 14, also zumindest der Vorstellung, was da alles mit drin ist, das dann irgendwann im Herbst für die ersten Geräte kommen wird und in zwei Jahren für die letzten oder noch später, soll auch das Google Pixel 7a ein Teil des Vorstellungsbeitrags sein. Mehr Dinge weiss man nicht. Es könnte einen Ausblick auf das Google Pixel Tablet geben, weil Google ja gesagt hat, dass sie in diesem Jahr auch dieses Tablet wieder mal anfassen möchten und da wissen, was tun möchten. Und da wäre es natürlich nichts als sinnvoll, auch für Android 14 dann auch die Tablet Features zu zeigen, welche das ausmachen und wohin das die ganzen Tablet Hersteller, die aktuell noch auf dem Markt sind, zum Beispiel Samsung, Oppo, OnePlus hat gerade ein Neues vorgestellt und was liegt da hinten? Doch, das ist von Oppo. Ja, wir werden sehen, was alles noch sonst kommen wird. Am 10. Mai ist es dieses Mal soweit. Jetzt bin ich gespannt, wann die von Microsoft ist und die Build und ja, schlussendlich dann auch, wann die von Apple ist im Juni irgendwann. Wir werden es sicherlich bald mal mitbekommen. Das war es mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Habt ihr noch Fragen, Rückmeldungen etc., gerne immer über die bekannten Kanäle. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen oder bei der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.